Luigi Pirandello, die Schildkröte Es mag seltsam klingen, doch in Amerika gibt es Leute, die meinen, dass Schildkröten Glück bringen. Woher dieser Glaube stammt, weiß man nicht. Sicher ist jedoch, dass Sie, die Schildkröten, offensichtlich nicht die geringste Ahnung davon haben. Mr. Mischkopf hat einen Freund, der felsenfest davon überzeugt ist. Er spekuliert mit Wertpapieren und jeden Morgen, bevor er sich an die Börse begibt, setzt er seine Schildkröte vor eine Stufe. Wenn die Schildkröte nun Anzeichen macht, hinaufklettern zu wollen, ist er sicher, dass der Kurs seiner Wertpapiere steigen wird. Zieht sie Kopf und Pfoten ein, wird er gleich bleiben. Dreht sie sich jedoch um und geht davon, so spekuliert er in jedem Fall auf Bais. Und er hat sich noch nie geirrt. Nachdem er das erzählt hat, betritt der Freund ein Geschäft, in dem es Schildkröten zu kaufen gibt. Er erwirbt eine von ihnen und setzt sie auf Mr. Mischkofs Hand. Möge sie dir Glück bringen. Mr. Mischkof ist sehr kitzlich, während er die Schildkröte nach Hause trägt. Er schaudert sein ganzes geschmeidiges, rundliches und rosiges Gesicht vor Wonne, aber auch ein wenig vor Abscheu. Es kümmert ihn nicht, dass sich die Leute auf der Straße umdrehen, um ihm mit seiner Schildkröte in der Hand nachzustarren. Er erzittert bei dem Gedanken, dass dieses Etwas, das ein starrer und kalter Stein zu sein scheint, gar kein Stein ist. Nein, sondern in seinem Innern von einem geheimnisvollen Tierchen bewohnt wird, dass von einem Augenblick zum anderen in seiner Hand vier gekrümmte, raue Pfoten und den Kopf einer altenfaltigen Nonne ausstrecken könnte. Hoffen wir, dass sie es nicht tut. Vielleicht würde Mr. Mischkof sie sonst vom Kopf bis zu den Zehen erschaudernd zu Boden schleudern. Man kann nicht behaupten, dass seine beiden Kinder, Helen und John, zu Hause in Freude ausbrechen, als er die Schildkröte wie einen Stein auf den Teppich des Salons legt. Es ist unglaublich, wie alt die Augen von Mr. Mischkofs Kindern im Vergleich zu jenen so überaus kindlichen ihres Vaters wirken. Die beiden lassen die unerträgliche Last ihrer vier bleiernden Augen auf diese gleich einem Stein auf dem Teppich liegende Schildkröte herabfallen. Dann sehen sie den Vater an, so felsenfest überzeugt, dass er keine plausible Erklärung für diese Ungeheuerlichkeit, die er gewagt hat, eine Schildkröte auf den Teppich des Salons zu setzen, haben kann, dass Mr. Mischkofs sofort erstarrt. Er breitet die Hände aus, er öffnet die Lippen zu einem hilflosen Lächeln und sagt, dass es im Grunde ja nur eine unschuldige Schildkröte ist, mit der man, wenn man möchte, auch spielen kann. Und er, der gute Mann, der er immer gewesen ist, der große Junge, will es beweisen. Er wirft sich auf allen Vieren auf den Teppich und versucht vorsichtig mit Feingefühl die Schildkröte von hinten anzuschubsen, sie auf diese Weise dazu zu bringen, Pfoten und Kopf auszustrecken und sich zu bewegen. Mein Gott, ja, und sei es auch nur, damit sie das schöne, freundliche Haus mit all seinen Fenstern und Spiegeln wahrnimmt, in das er sie gebracht hat. Er hat nicht erwartet, dass sein Sohn John unvermutet und ohne viel Federlesens ein weitaus schnelleres Mittel finden würde, die Schildkröte aus diesem Zustand der Versteinerung, in dem sie so stur verharrt, hervorzuholen. Mit der Fußspitze dreht er sie auf den Rücken und zugleich kann man sehen, wie das Tierchen die Beine hin und her bewegt und den Kopf ausstreckt, beim Versuch wieder in seine natürliche Lage zu gelangen. Helen, deren Blick einer alten Frau nicht die geringste Veränderung erkennen lässt, lacht bei diesem Anblick krechzend, wie die rostige Kurbel eines Ziehbrunnens beim Absturz eines Eimers, der sich selbstständig gemacht hat. Wie man sieht, haben die Kinder keinerlei Achtung vor dem Glück, das Schildkröten zu bringen pflegen. Die beiden zeigen vielmehr unmissverständlich, dass sie nur dann bereit sind, das Tier zu ertragen, wenn es sich dazu hergibt, als dummes Spielzeug betrachtet zu werden, das man einfach so mit Fußtritten behandeln kann. Und das schmerzt Mr. Mischkopf sehr. Er betrachtet die Schildkröte, die, nachdem er sie sofort wieder umgedreht hat, in ihren steinernen Zustand zurückgekehrt ist. Er betrachtet die Augen seiner Kinder und mit einem Mal nimmt er höchst beunruhigt den Zusammenhang zwischen diesen alten Augen und der jahrhundertealten steinernen Starrheit des Tieres auf dem Teppich wahr. Er ist bestürzt über seine eigene, unheilbare Kindlichkeit in einer Welt, die durch so weit hergeholte und ungeahnte Zusammenhänge ihren eigenen Verfall anklagt. Bestürzt darüber, dass er, möglicherweise ohne es zu wissen, auf etwas gewartet hat, das nicht mehr eintreffen wird, wo doch jetzt die Kinder schon als Hundertjährige zur Welt kommen, wie die Schildkröten. Er öffnet die Lippen wieder zu seinem hilflosen, mehr denn je kläglichen Lächeln und er hat nicht den Mut zu gestehen, aus welchem Grund ihm der Freund diese Schildkröte geschenkt hat. Mr. Mischkopf steht dem Leben mit einer seltenen Ahnungslosigkeit gegenüber. Das Leben ist für ihn etwas höchst Unfassbares und es gibt für ihn keine Gewissheiten, die ihm Gewicht verleihen könnten. So kann es durchaus passieren, dass er eines Morgens nackt das eine Bein erhoben, um in die Wanne zu steigen, plötzlich seltsam erstaunt über seinen eigenen Körper ist, als ob er ihn in den 42 Jahren, die er ihn nun schon hat, nie gesehen, ihn erst jetzt entdeckt hätte. Ein Körper, mein Gott, den man so nackt nicht herzeigen, ja nicht einmal selbst betrachten kann, ohne große Scham zu empfinden. Er zieht es vor, ihn zu ignorieren. Dennoch ist er höchst verwundert, nie daran gedacht zu haben, dass er mit diesem Körper, so wie er ist, mit den vielen Stellen, die unter Kleidern und Schuhwerk versteckt für gewöhnlich niemand sieht, 42 Jahre lang durchs Leben gegangen ist. Er kann es nicht glauben, dass er sein ganzes Leben in diesem Körper verbracht hat. Nein, nein. Wer weiß, wer weiß, wo er gelebt hat, ohne es zu bemerken. Vielleicht hat er die Zeit zwischen den vielen Dingen, die ihm seit seiner Kindheit widerfahren sind, in einem vollkommenen anderen, wer weiß schon, welchem Körper verbracht. Es ist wirklich schlimm und bestürzend, wenn man sich nicht erklären kann, warum der eigene Körper gerade dieser ist und kein anderer. Lieber nicht dran denken. Beim Baden lächelt er wieder sein hilfloses Lächeln, ohne zu bemerken, dass er schon eine Zeit lang in der Wanne sitzt. Ach, diese hellen, frisch gestärkten Masala-Vorhänge am großen Fenster. Und über den Vorhangsstangen aus Messing sieht man, wie sich die hohen Baumwipfel des Parks anmutig in der Frühlingsluft wiegen. Nun trocknet er diesen wirklich hässlichen Körper ab. Aber er muss doch zugeben, dass das Leben schön ist, wert auch in seinem unförmigen Körper ausgekostet zu werden. Einem Körper, der indessen auf unerklärliche Weise eine geheime Intimität mit einer so unzugänglichen Frau wie Mistress Mischkow, seiner Gemahlin, eingehen dürfte. Seit er sie vor neun Jahren geheiratet hat, schwebt er gleichsam dahin, eingehüllt in das Geheimnis einer so unfassbaren Verbindung mit Mistress Mischkow. Nie hat er es gewagt, einen Schritt zu tun, ohne gleich darauf unsicher zu sein, ob er wohl einen weiteren wagen könne. Und so empfand er schließlich immer so etwas wie ein ängstliches Kribbeln im ganzen Körper und in seiner Seele ein Gefühl der Bestürzung, wenn er merkte, dass er schon ziemlich weit gelangt war nach all diesen zaghaften Schritten. Konnte er daraus also ableiten, dass er sie wagen durfte oder nicht? Und so fand er sich eines schönen Tages, ohne sich dessen wirklich sicher zu sein, als Ehemann von Mistress Mischkow wieder. Sie ist nach neun Jahren immer noch so distanziert, so abgehoben von allem, von ihrer eigenen Schönheit, einer Porzellanpuppe, eingesperrt und eingegossen in ihr so undurchdringliches Naturell, dass es unerklärlich scheint, wie sie sich mit einem Mann aus Fleisch und Blut vermählen konnte, wie er es ist. Vollkommen klar hingegen, wie aus ihrer Ehe diese zwei verkümmerten Kinder entstehen konnten. Vielleicht wären sie, wenn Mr. Mischkow sie statt seiner Gemahlin selbst in seinem Schoß hätte tragen können, nicht so geboren worden, aber sie war es, die sie in ihrem Schoß tragen musste, neun Monate lang. Und da die beiden, wahrscheinlich vom Moment der Zeugung an, vollkommen fertige Wesen gezwungen waren, so lange Zeit in einem Schoß von Majolika zu verbringen, wie Bonbons in einem Döschen, sind sie schon so entsetzlich gealtert, bevor sie überhaupt zur Welt gekommen sind. Während der ganzen neun Jahre seiner Ehe hat er natürlich in der ständigen Angst gelebt, dass Mistress Mischkow in einem unbedachten Wort von ihm, in einer unerwarteten Geste, den Vorwand finden könnte, die Scheidung zu verlangen. Der erste Tag der Ehe war für ihn der schrecklichste, weil, wie man sich leicht vorstellen kann, er sich nicht vollkommen sicher war, ob Mistress Mischkow auch wusste, was er zu tun hatte, um sich auch wirklich als ihr Ehemann betrachten zu können. Zum Glück wusste sie es. Doch dann hatte sie ihm in keiner Weise zu verstehen gegeben, dass sie sich an diese Vertraulichkeit, die er sich erlaubt hatte, erinnerte, als hätte sie niemals dazu beigetragen, dass er sie sich erlauben und sie sich daran erinnern konnte. Und doch war eine Tochter, Helen, geboren und später John, ein Sohn, als hätte sie nichts dazu beigetragen. Ohne eine Regung zu zeigen, hatte sie sich beide Male in die Klinik begeben und war nach eineinhalb Monaten wieder heimgekommen. Das erste Mal mit einem Mädchen, das zweite Mal mit einem Jungen, dieser noch älter als jene. Zum Verzweifeln. Beide Male war es ihm strengstens untersagt, sie in der Klinik zu besuchen. Und ohne überhaupt bemerken zu können, weder beim ersten noch beim zweiten Mal, dass sie schwanger war, ohne etwas von den Wehen und der Geburt wahrzunehmen, hatte er sich mit diesen zwei Kindern im Haus wiedergefunden, wie mit zwei auf einer Reise gekauften Hündchen, ohne wirkliche Gewissheit, dass sie von ihr geboren wurden und dass sie seine waren. Doch Mr. Mischkopf hat nicht den geringsten Zweifel daran. Ja, er meint, in diesen beiden Kindern den uralten und immerhin zweimal von Mistress Mischkopf bekräftigten Beweis dafür zu haben, dass für sie das Zusammenleben mit ihm eine angemessene Entschädigung für die Schmerzen ist, welche die Geburt zweier Kinder wohl verursachen muss. Und so fällt er aus allen Wolken, als seine Frau, die an diesem Tag eben von einem Besuch bei der Mutter heimkehrt, welche in einem Hotel abgestiegen ist und demnächst zurück nach England reisen wird, ihn noch auf dem Teppich des Salons vor dieser Schildkröte knien vorfindet und unter dem kalten Hohngelächter der Kinder und kein Wort zu ihm sagt, oder eigentlich alles sagt, indem sie ihm einfach den Rücken zuwendet und prompt zur Mutter ins Hotel zurückkehrt. Von dort schickt sie ihm nach etwa einer Stunde ein Billett mit der unerbittlichen Mitteilung, entweder die Schildkröte möge das Haus verlassen oder sie würde in zwei Tagen gemeinsam mit der Mutter nach England abreisen. Sobald er wieder klar denken kann, begreift Mr. Mischkopf, dass die Schildkröte nichts als ein Vorwand ist, noch dazu ein so lächerlicher, so leicht zu beseitigender, aber vielleicht ist er auch gerade deshalb schwerer aus der Welt zu schaffen, als wenn seine Ehefrau ihm die Bedingung gestellt hätte, er müsse einen anderen Körper annehmen oder zumindest die Nase aus seinem Gesicht entfernen und sie durch eine andere ersetzen, die ihr mehr zusagt. Aber in ihm soll es nicht liegen. Er antwortet seiner Frau, sie möge ruhig heimkommen. Er würde die Schildkröte irgendwo aussetzen. Es läge ihm überhaupt nichts daran, sie im Haus zu haben. Er habe sie angenommen, weil sie angeblich Glück bringe. Aber wohlhabend, wie er ist mit einer Frau wie ihr und zwei solchen Kindern, wozu brauche er das denn? Welch größeres Glück könne er denn noch begehren? Er verlässt das Haus aufs Neue mit der Schildkröte in der Hand, um sie irgendwo auszusetzen, wo es dem armen störrischen Tierchen besser ergehen würde als bei ihm daheim. Erst jetzt bemerkt er verwundert, dass es Abend geworden ist, auch wenn er an den fantastischen Anblick seiner so gewaltigen Stadt gewöhnt ist, betrachtet er sie doch immer mit neuen Augen. Er lässt sich von ihr verblüffen und auch ein wenig melancholisch stimmen, wenn er daran denkt, dass es all diesen wunderbaren Bauwerken verwehrt ist, als dauerhafte Denkmäler zu bestehen und sie vielmehr hingestellt wirken wie gigantische provisorische Konstruktionen eines riesigen Messegeländes in dem starren Schein eines bunten Lichtermeers, das mit der Zeit eine unendliche Traurigkeit einflößt und viele andere ebenso ungewisse und schwer fassbare Gefühle. Wie er so geht, vergisst er die Schildkröte in seiner Hand, doch dann erinnert er sich ihrer und überlegt, dass es wohl besser gewesen wäre, sie in dem Park nahe seiner Wohnung auszulassen. Stattdessen ist er bereits auf dem Weg zu jenem Geschäft, wo er sie gekauft hat, am Ende der 49. Straße, wie ihm scheint. Er geht weiter, obwohl er sicher ist, dass zu dieser Uhrzeit das Geschäft geschlossen sein wird, aber man könnte sagen, dass er sich vor Traurigkeit und Müdigkeit geradezu wünscht, mit der Nase gegen eine verschlossene Tür zu stoßen. Als er dort ankommt, blickt er eine Weile auf die tatsächlich verschlossene Tür, dann blickt er auf die Schildkröte in seiner Hand. Was soll er damit tun? Sie vor der Tür absetzen? Er hört ein Taxi herankommen, er hält es an. Irgendwo wird er aussteigen und sie im Wagen lassen. Schade, dass das Tierchen, so in seinen Panzer zurückgezogen, keine allzu große Fantasie an den Tag legt. Eine Schildkröte, die nachts allein durch die Straßen New Yorks fährt, wäre doch eine reizvolle Vorstellung. Aber nein, schon bereut Mr. Mischkopf seine, so scheint es ihm, Grausamkeit. Er steigt aus. Die Park Avenue ist nun nicht mehr weit, mit ihrer unendlich langen Reihe von mit niedrigen Gitterzäunen eingefassten Grünflächen. Er wird die Schildkröte in einer dieser Grünflächen lassen. Doch sobald er sie absetzt, stürzt ein Polizist auf ihn zu, der den Verkehr an der Kreuzung zur 50. Straße unter den riesenhaften Türmen des Welldorf Astoria überwacht. Der Polizist will wissen, was er da auf den Rasen gelegt hat. Eine Bombe? Nicht eigentlich eine Bombe, nein. Mr. Mischkopf lacht, um ihm zu zeigen, dass er dazu nicht fähig wäre. Bloß eine Schildkröte. Daraufhin befiehlt ihm der andere, sie sofort wieder aufzuheben. Tiere seien in den Grünflächen verboten. Aber das hier, das sei doch eher ein Stein als ein Tier, möchte ihm Mr. Mischkopf zu bedenken geben. Er glaubt nicht, dass sie stören werde. Und außerdem müsse er sie aus schwerwiegenden familiären Gründen unbedingt loswerden. Der Polizist fühlt sich auf den Arm genommen und gerät in Rage. Sofort hebt da Mr. Mischkopf die Schildkröte, die sich indessen nicht geregt hat, wieder auf. Man hat mir gesagt, dass sie Glück bringt, fügt er lächelnd hinzu. Möchten Sie sie nicht nehmen? Ich gebe sie Ihnen gerne. Der andere schüttelt sich heftig und deutet ihm gebieterisch, er möge verschwinden. Und wieder steht Mr. Mischkopf da, mit dieser Schildkröte in der Hand und in großer Verlegenheit. Mein Gott, er könnte sie ja überall lassen, sobald er nicht mehr im Blickfeld dieses Polizisten ist, der ihn so schief angesehen hat, wahrscheinlich, weil er ihm die schwerwiegenden familiären Gründe nicht geglaubt hat. Da bleibt er mit einem Schlag stehen. Er hat eine Idee. Ja, sicherlich ist die Schildkröte für seine Frau nur ein Vorwand. Und sobald er diesen aus der Welt geschafft hat, wird sie sofort einen neuen finden. Es dürfte ihr allerdings schwerfallen, einen lächerlicheren zu finden, einen, mit dem sie sich vor dem Richter und allen anderen mehr ins Unrecht setzt. Es wäre also töricht, ihn nicht zu nutzen. Und im selben Augenblick beschließt er, mit der Schildkröte heimzugehen. Er trifft seine Ehefrau im Salon an. Ohne ein Wort zu sagen, beugt er sich nieder, um die Schildkröte vor ihr auf den Teppich zu legen. Einfach so, wie ein Stein. Die Ehefrau springt hoch, läuft in ihr Zimmer und steht kurz darauf wieder vor ihm den Hut auf dem Kopf. Ich werde dem Richter sagen, dass sie der Gesellschaft ihrer Ehefrau die ihrer Schildkröte vorzogen. Und fortest sie. Als hätte das Tierchen auf dem Teppich sie verstanden, streckt es mit einem Mal die vier Pfoten, Kopf und Schwanz hervor und wandert schaukelnd, beinahe tänzelnd durch den Salon. Mr. Mischkow kann nicht umhin, sich zu freuen, wenn auch zaghaft. Ganz leise klatscht er in die Hände und ihm ist, als würde er es, ohne jedoch wirklich überzeugt zu sein, erkennen. Das Glück. Das Glück. Das Glück. Vielen Dank.